Und es wird wahrscheinlich im nächsten Jahr erst starten. Hi. Also, ja, es ist gerade Weihnachten. Ich habe auch schon meine Geschenke ausgepackt. Und jetzt sage ich euch das Überraschungsprojekt. Aber dafür ein kleiner Cut. Das Überraschungsprojekt macht Sinn. Und es wird wahrscheinlich im nächsten Jahr erst starten. Und zwar ist es Until Dawn für die PS4. Denn ich will es zuerst so normal durchspielen. Und dann so ein, zwei Monate später werde ich das Let's Play starten. Denn ich meine, jetzt passt ja kein Part mehr auf mein Handy. Und ich will heute unbedingt schon beginnen. Deswegen spiele ich es einmal offscreen. Und dann ein, zwei Monate danach wird das Let's Play gemacht. Also Leute, ich habe euch das geheime Let's Play verraten. Und tschüss, haut rein. Ach ja, und bevor ich gehe, hier ist der Platz, wo ich immer aufnehme. Und dann stelle ich den Sessel hier hin. Leg da ein paar Bücher drauf und stelle da mal eine Kamera hin. Auf jeden Fall Leute, tschüss, haut rein und frohe Weihnachten noch.